Was in dieser Stadt geschieht, ist grauenvoll. Hände hoch! Das ist ein Überfall! Also, ihr wisst, was zu tun ist. Kisten und Tresorre. Sie sind unersättlich. Was machst du da, du Scheißkerl? Und gnadenlos. Noch gewissenloser als Diabolik. Sie haben viele Raubüberfälle begangen. Wir könnten mehr als 500 Millionen ergattern. Du wirst sehen, das wird ein ganz leichter Kuh. Du willst dich doch wohl nicht mit Diabolik anlegen. Wir müssen ihn erledigen. Diabolik ist nicht zu fassen. Die Kuhl-Kurse Untertitelung des ZDF für funk, 2017